Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Markenrebell-Podcast-Folge. Mein Name ist Norman Müller und wir werden heute in dieser Podcast-Folge über mein Herzensprojekt sprechen. Es gibt ja dieses VIP-Mentoring, das werdet ihr in dem einen oder anderen Werbespot in den letzten Podcast-Folgen aufgeschnappt haben. Und viele von euch haben mir geschrieben und haben gesagt, hey, macht doch mal eine Podcast-Folge, weil schön und gut, dass es dazu eine Landingpage gibt. Und ich verlinke euch die gerne auch hier in dieser Podcast-Folge in den Show Notes. Aber wenn es ein Herzensprojekt ist, wenn dir das so wichtig ist, dann mach doch einfach mal eine Audioaufnahme dazu. Das mache ich genau jetzt. Was sich also hinter den VIP-Mentorings verbirgt und warum ich das mache, das erzähle ich dir gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews. Wertvolle Strategien. Und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für euer Interesse. Hat mich wirklich sehr gefreut, von dem einen oder anderen oder von der einen oder anderen zu hören bzw. zu lesen. Und natürlich mache ich das hier super gerne, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Aber erstmal der Reihe nach. Was ist oder was sind die VIP-Mentorings? Ab Oktober gehe ich einmal die Woche live auf Sendung in einem Live-Webinar und habe auch ein paar Gastmentoren. Das heißt, ich werde es nicht immer alleine machen, sondern es werden auch mal andere Gastmentoren sprechen. Und dann geht es um das Thema, wie baust du dein digitales Unternehmen auf? Wie baust du dein digitales Business auf? Also von Personal Branding über Podcasting. Wie baue ich digitale Geschäftsmodelle? Was sind überhaupt digitale Geschäftsmodelle? Wie mache ich richtig Werbung bei Facebook oder den sozialen Netzwerken? Wie wichtig ist LinkedIn zum Beispiel? Also alles, was ihr euch vorstellen könnt rund um das Thema digitales Business. Es werden sicher eine ganze Menge Sachen dabei sein, die ihr noch nicht wisst. Denn ich habe die Digitalexperten aus meinem Genius Alliance Netzwerk eingeladen und habe gesagt, hey Leute, ihr müsst jetzt hier mit mir performen, um die Leute draußen fit zu machen. Fit für die Digitalisierung, fit für ein digitales Business. Und deswegen freue ich mich darauf auch so sehr, weil es mir einfach auch ein Anliegen ist, dass jeder zu einem schmalen Preis da reinschauen kann. Also das heißt, es gibt kein Abo oder dergleichen, sondern es gibt einfach eine Monatspauschale. Und wenn du die zahlst, bist du dabei. Wenn du sie nicht mehr zahlen willst, steigst du aus. Ganz einfach. Und wir, und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr die Podcast-Folge heute hört, wird die Aktion, glaube ich, noch ein paar Stunden laufen. Bis zum 31.8., also Mitternacht, Ende des Angebots, haben wir noch so einen Einstiegspreis von 247 Euro, glaube ich. Und diese 247 Euro gelten, solange ihr dabei seid. Der reguläre Preis ist dann ab Oktober 987 Euro. Und wenn ihr so ein günstiges Ticket habt, dann nehmt ihr auch zu diesen Konditionen an diesen Live-Mentorings teil. Und wenn ihr später einsteigt, dann entsprechend zu einem höheren Preis. Wir werden auch diesen Preis auch nur einmal in dieser günstigen Form anbieten. Warum? Weil wir, oder weil ich einfach das unterstützen möchte, dass es Leute gibt, die schnelle Entscheidungen treffen. Mir hat mal ein ganz erfolgreicher Unternehmer gesagt, hey, es sind zwei Dinge, die du super trainieren musst. Also diese Fähigkeiten musst du einfach echt drauf haben. Das eine ist schnell ein Risiko abschätzen und b, schnelle Entscheidungen treffen. Und genau das ist im Grunde das erste Training jetzt hier mit diesem Frühbucherpreis von 247 Euro für alle die, die sagen, hey, schnelle Entscheidungen, kein Problem, ich mach das. Dann sind genau die belohnt, die dann noch ein paar Tage oder Wochen drüber schlafen müssen, um sich darüber im Kopf zu machen. Die bezahlen dann halt einfach einen höheren Preis. Auch nicht schlimm, weil ich finde es auch wichtig, dass solche Angebote ihren Preis haben müssen, weil dahinter natürlich auch ein Wert steckt. Das ist nicht nur meine Zeit, sondern ihr habt dann auch Zugriff auf unsere Plattform. Da sind verschiedene Interviews dabei, da sind verschiedene Coaching und Kurse dabei. Das sind Workouts, Workbooks, Ratgeber dabei, exklusive Interviews sind dabei. Was haben wir noch? Ja, und natürlich die Aufzeichnung der VIP-Mentorings Woche für Woche. Wenn du also mal nicht dabei sein kannst, dann ist das nicht weiter tragisch, denn du verfügst über die Aufzeichnung. In diesen Live-Webinaren übrigens gibt es einen Impuls von mir, so 10 Minuten, 15 Minuten zu einem bestimmten Thema und dann könnt ihr eure Fragen stellen, weil ich finde es extrem wichtig, dass es einen interaktiven Charakter hat. Also nicht nur Berieselung, Popcorn und irgendwie sich nett zurücklehnen, sondern wirklich aktiv mitmachen, Fragen stellen, weil das bringt letztendlich das Business weiter und darum geht es in diesen VIP-Mentorings. Also es ist keine Berieselungsshow, sondern es ist wirklich aktives Arbeiten, deswegen haben wir auch eine private Telegram-Gruppe eingerichtet, wo ich euch dann auch aktiv zu euren Fragen unterstütze, wo ich Rückfragen mache, wo wir Challenges machen. Also dieses Inaktionismus verfallen ist für mich extrem wichtig, weil sonst ist alles nur Strategie und blanke Theorie. Ich möchte mit euch, und das ist mein Wunsch, mein Ziel, dafür trete ich letztendlich auch an, mit euch eure Erfolge feiern. Ich möchte lesen können, hey, das hat mich so weitergebracht, schau mal her, das ist meine Umsatzkurve in diesem Monat. Weil das ist letztendlich das messbare Ergebnis, was wir erzielen können. Wenn eine Aktion oder eine Investition auch erfolgreich ist, dann drückt sich das auch in Umsatzzahlen aus und das ist letztendlich unser Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich finde es auch wichtig, dass wir uns in der Gruppe austauschen, vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere von euch dann besondere Erfahrungen gemacht, zum Beispiel mit Facebook-Werbung, was funktioniert besonders gut und dass wir diese Hacks in dieser Gruppe einfach teilen und so eine Community aufbauen, dass wir uns gegenseitig pushen. Oder du hast jemanden in der Gruppe, der ein ähnliches Produkt oder eine Produktergänzung, Ergänzung deiner Wertschöpfungskette anbietet, dann kooperiert miteinander. Also das ist auch so, dieser Netzwerk-Gedanke soll eben auch dabei sein. Das sind also die VIP-Mentorings. Ich wiederhole es nochmal. Also du kriegst einen Zugang zu einmal Live-Webinar pro Woche, also vier Monate mit mir und anderen Gastmentoren, Digitalexperten aus dem Genius Alliance Netzwerk. Du hast Zugang zu unserer privaten Telegram-Gruppe, wo wir in wildem Aktionismus uns gegenseitig pushen und Hacks tauschen und ich natürlich auch aktiv euch helfen werde, euer digitales Business aufzubauen. Und ihr habt natürlich Zugang zu unserer Plattform, auf der die Aufzeichnungen der VIP-Mentorings jede Woche hochgeladen werden, sodass ihr das nachschauen könnt oder nacharbeiten könnt oder wenn ihr mal nicht könnt, das anschauen könnt. Und noch zusätzlichen Content, den ihr euch im Selbststudium aneignen könnt. Was zum Beispiel auch dabei sein wird, Tutorials zum Thema Catra. Immer wieder gehört hier, dass das so mein Online-Marketing-Tool per se ist. Mache ich auch gerne nochmal in diesen VIP-Mentorings das zum Thema, wenn ihr wollt. Wir werden das also auch abstimmen, sodass wir wirklich an den Themen arbeiten, die ihr spannend findet. Und wie gesagt, dazu gibt es auf der Plattform dann Tutorials, wie setze ich das Ding ein, wie baue ich so eine Seite, eine Lead-Page oder eine Sales-Page. Und dann wird das, glaube ich, den bestmöglichen Benefit für euch haben. Das wünsche ich mir zumindest. Also aktives Mitgestalten dieser Webinar-Reihe und das hat kein Ende. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie zwölf Monate machen, sondern das wird laufend sein. Also man kann auch später noch dazukommen. Du kannst auch im November einsteigen, wenn du willst, oder im Dezember. Dann gilt natürlich der normale Preis und du bezahlst diesen normalen Preis von 987 Euro dann auch jeden Monat. Vielleicht noch ein Satz zu diesen Tickets. Mir ist es total wichtig, dass wir eine Gruppe aufbauen, in der wir aktiv sind und in der wir an den Erfolg unseres Unternehmens glauben. Deswegen auch ein Preis, der auf jeden Fall, also ihr kriegt natürlich mehr Wert am Ende als den Preis, den ihr zahlt. Weil das ist mir einfach auch wichtig, dass wir da voll reingehen in das Ganze. Aber mir ist eben auch wichtig, dass da nicht jeder reinkommt, der jetzt auf der Suche ist nach dem 49-Euro-Ticket. Und dann passiert aber nichts. Also das ist mir extrem wichtig. Deswegen betone ich das an dieser Stelle nochmal. Mir geht es nicht darum, so viele Leute wie möglich in diese VIP-Mentorings, deswegen auch VIP-Mentorings zu bekommen. Sondern ich will die Leute dort drin haben, die schnelle Entscheidungen treffen, die Bock haben auf so ein digitales Business, wo wir nicht darüber reden müssen, ist Digitalisierung jetzt ein Thema oder nicht? Oder lässt sich ein passives Einkommen aufbauen damit oder nicht? Also das sind alles so die Kernfragen, die sind alle geklärt. Sondern wir gehen voll rein und überlegen uns, was ist dein Business? Was können wir dazu bauen? Wie können wir auch ein analoges Business mit einem digitalen Business ergänzen? Wie können wir eine Company aufbauen von Grund auf? Also all das werden Themen sein und ich freue mich riesig drauf. Ich bin echt Feuer und Flamme, wer alles mit dabei sein wird von euch. Und deswegen hier nochmal der Aufruf. 247 Euro bis zum 31.08.2020. Das heißt, das läuft jetzt in ein paar Stunden aus, wenn diese Podcast-Folge hier rausgeht. Ich sehe zu, dass ich die so schnell wie möglich veröffentliche, sodass ihr noch eine Chance habt, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, da zuzuschlagen und euch so ein Ticket zu sichern. Und wie gesagt, wenn ihr dieses Ticket irgendwann mal nicht mehr brauchen solltet, diese 247 Euro pro Monat gelten natürlich, solange ihr das Ganze nutzt, dann gebt dieses Ticket einfach jemanden, wo ihr sagt, hey, da gründet gerade einer neu oder da kommt einer mit seiner Company nicht klar, die Umsatzzahlen stimmen nicht. Dann könnte dieser Person was Gutes tun, das Ticket einfach weiterreichen und euch vielleicht auch wieder zurückgeben lassen. Also es ist ungefähr wie so, wenn du den ersten Tesla gekauft hast, dann kannst du mit diesem Auto immer kostenlos dein Auto aufladen an diesen Superchargern. Wird also nie Geld verlangt. Ist gekoppelt an das Auto, also an die erste Baureihe des Teslas. Wenn du jetzt einen neuen Tesla kaufst, musst du natürlich dafür zahlen, den zu laden. Und genau so soll dieses Ticket, dieses 247 Euro Ticket, so der Tesla sein für alle, die jetzt zuschlagen wollen. So, also das ist mein Passion Project jetzt im Moment, was ich furchtbar gerne anschieben möchte und worauf ich mich echt freue, euch dann zu sehen im Oktober. Für alle, die sich das jetzt anmelden, wir werden im September alle freischalten. Das heißt, ihr habt im September schon Zugriff, sorry, meine Stimme versagt. Ihr habt im September schon vollen Zugriff auf die Plattform. Wir können so über Telegram schon austauschen. Ihr könnt ein bisschen was über euch erzählen, aber das schreibe ich dann alles nochmal in die Telegram-Gruppe rein. Und dann geht es im Oktober tatsächlich los. Alle Infos findet ihr dann auf der Plattform mit euren Zugangsdaten. Also alles, wo loggt ihr euch ein und so weiter, das findet ihr alles dort. Und wenn es Fragen gibt, gibt es rechts unten noch so ein Live-Chat. Dann können wir das entsprechend nochmal thematisieren. So, ich freue mich, wenn ihr Fragen habt. Könnt ihr mir gerne auch auf Telegram schreiben, einfach Markenrebell suchen und dann findet ihr mich und dann könnt ihr mir da gerne noch ein paar Fragen stellen, wenn ihr die noch habt. Morgen ist Montag, heute ist Sonntag. Das Ding geht heute noch raus. Das heißt, wir können morgen im Laufe des Tages noch ein paar Fragen beantworten und dann profitiert ihr von diesem Ticket. Und ich wünsche mir, dass wir da eine richtig coole Community aufbauen und so einen richtigen Turbo-Boost in euer Business bekommen. Denn dafür trete ich hier auch mit Katharina zusammen an. Und da wollen wir gerne helfen, unser Wissen preisgeben und natürlich auch unsere Partner mit ins Boot holen, die dann euch auf verschiedenen anderen spezialisierten Sektoren helfen werden. In diesem Sinne, ich bin raus. Ein wunderschönes Wochenende für euch. Noch einen schönen Sonntag und bis bald. Bleibt rebellisch. Bis dann. Ciao. Und wir können euch wiadomoer. Und wir müssen uns mit ein bisschen dahin. Und wir können euch騙rasse es genau. Und wir können unterscheiden die Such unp NOx hat zu sein. Und wir können euch persönlich. Und wir können euch nur eine pantalla hinziehen. Vielen Dank.